Das Thema Energieverbrauch beim Pool ist ja auch für viele so eine Hemmschwelle sich ein zuzulegen, weil sie denken die Stromrechnung geht ins Unendliche hoch. Wie ist das hier geregelt? Sehr gute Frage. Die Energie ist natürlich die Nachhaltigkeit des Pools und nachhaltig heißt wenig Energieverbrauch. Wir arbeiten mit Saugpumpen im Gegensatz zu anderen die mit Druckpumpen arbeiten und hier arbeiten wir mit 300 bis 400 Watt die Stunde. Das heißt, wir haben bis zu zwei Drittel an Energie gespart gegenüber anderen herkömmlichen Produkten.